Die Cola, die Gitarre, das Eis, die Fahrkarte, der Fußball, der Juli, die Nationalität, das Reisebüro, der Urlaub, der Zehn-Mark-Schein, die Zeit, der Zirkel, Kompassel. Ich möchte eine Fahrkarte nach Kiel. Ich möchte eine Fahrkarte nach Kiel. In Juli haben wir Urlaub. In Juli haben wir Koncedium. Welche Nationalität haben Sie? Ich brauche einen Zirkel. Ich habe keine Zeit. Hier ist ein Zehn-Mark-Schein. Hier ist ein Zehn-Mark-Schein. Wo ist das Reisebüro? Unde ist die Agentie der Tourismus? Beate trinkt eine Cola. Beate bea eine Cola. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Er spielt Fußball. Ich kaufe ein Eis. Ich kaufe ein Zehn-Mark-Schein. In Juli habe ich Urlaub. Ich gebe dir einen Zehn-Mark-Schein. Wo ist deine Fahrkarte? Das ist unsere Fahrkarte? Ist das unser Reisebüro? Wo ist mein Zehn-Mark-Schein? Wo ist mein Zirkel? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Was ist deine Nationalität? Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Er spielt Fußball. Ich spiele Gitarre. Beate trinkt eine Cola. Ohh! Ich spiele 산 some. Keine. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. Să ne vedem la 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 următoarele propoziții. Nein, wir haben keine. Wo ist hier in der Nähe ein Rathaus? Hier gibt es keinen. Da ist ein Polizist? Steht dort ein Polizist? Nein, dort steht keiner. Nein, dort steht keiner. Hast du Kinder? Nein, nicht. Nein, ich habe keine. Telefonieren. Bekommen. Verwenden. Verwenden. Auf Wiedersehen. Verwenden. Verwenden. Frau Maria telefoniert zum Reisebüro. Ich möchte in Salzburg urlaub machen. Wo bekomme ich eine Fahrtkarte? 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 Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Er ist Lehrer von Beruf. Er ist Professor. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich will nach Hause telefonieren. Wir wollen in Deutschland urlaub machen. Er macht jetzt urlaub. Er macht diese Fahrtkarte. Er bekommt dieses Buch. Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Auf Wiederhören!